Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meine fünf Top-Bücher des ersten Halbjahres 2020, von Januar bis Juni. Es könnte zwar jetzt noch sein, dass noch ein Top-Buch kommt, Ende Juni, aber wenn, dann nehme ich es halt in den nächsten, ja, ins nächste Top-Video. Aber egal, ich habe jetzt nicht ganz fünf, ich habe eigentlich sechs, wobei eins vielleicht nicht ganz zählt. Ich werde einfach mal anfangen. Und zwar, also die Bücher haben nicht alle unbedingt fünf Sterne von mir bekommen, ein paar sind auch mit vier Sternen dabei, aber auch die haben mich sozusagen positiv überrascht. Und deshalb sind die mit auf diese Liste. Aber zum ersten haben wir natürlich ein Fünf-Sterne-Buch und zwar von Brandon Sanderson, Skyward. Das ist die UK-Ausgabe, weil ich die Kamera halt so schön fand. Ich glaube, auf Deutsch gibt es das noch gar nicht. Oder gibt es das mittlerweile auf Deutsch? Könnt ihr mal irgendwie in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Ja, der gute Brandon Sanderson ist ja sehr bekannt unter allen High-Fantasy-Lesern, gerade so mehr so Erwachsener-Fantasy. Und da hatte ich auch schon die Kinder des Nebels-Reihe von ihm an den ersten Band gelesen. Also der kann schon gut schreiben, so ist es nicht. Ja, aber ich muss sagen, tatsächlich hat er mich in diesem Band nochmal überrascht, weil es ist ja tatsächlich ein Sci-Fi-Jugendbuch. Und er hat sich auch ein bisschen Mühe gegeben, dass so ein bisschen... Ja, wie soll ich das sagen? So ein bisschen lockerer zu schreiben und so ein bisschen... ...einen Tacken weniger Details. Also wer schon mal Brandon Sanderson gelesen hat, weiß, dass der auch beim Worldbuilding extrem detailreich vorangeht. Und bei den Fantasy-Lektüren kann das schon mal irgendwie sehr große Ausmaße annehmen. Also hier war er tatsächlich mehr so auf die Charaktere fokussiert. Auch aufs Worldbuilding, aber halt auch auf die Charaktere. Und unsere Hauptprotagonistin Sky heißt sie, glaube ich. Ja, ist die Tochter eines Piloten. Also das Ganze spielt im Weltall auf einem fremden Planeten. Und ja, sie möchte eigentlich auch gerne Pilot werden. Allerdings ist ihr Vater quasi unehrenhaft, ja leider nicht entlassen, sondern gestorben in dieser Armee. Und deshalb hat sie eigentlich nicht wirklich eine Chance, aber sie fühlt sich trotzdem da reinzukämpfen und trotzdem Pilotin zu werden. Also eine Kämpfer-Natur, was ich auch sehr gut finde. Also eine stark weibliche Protagonistin. Was eigentlich auch erstaunlich ist für männliche Fantasy-Autoren. Aber egal. Also, ja, das hat bei euch schon mal sehr gut gefallen. Ich finde es auch ganz gut, dass sie am Anfang recht schwer hatte. Wobei sie dann aber auch schon so ein bisschen Mary Sue ist. Das, was sie dann macht, das kann sie dann eigentlich auch sehr gut. Also es ist nicht mega, mega übertrieben. Also ein bisschen ist das schon. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das World-Building finde ich sehr spannend. Das ist auch sehr interessant, wie das Ganze so gemacht ist. Wobei das halt jetzt nicht so episch ausufernd beschrieben ist. Es gibt noch ein paar Fragen, die man so hat, die dann wahrscheinlich in den nächsten Bänden beantwortet werden. Oder auch nicht, hoffe ich zumindest. Und es sind dann noch so ein paar Sachen offen, wie in der Vergangenheit, warum das alles so ist, wie es ist. Und wer diese Feinde sind, gegen die die halt immer kämpfen müssen. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Und ja, was hier auch sehr, sehr gut war, oder... Das muss jetzt nicht immer gut sein, aber... Also hier hat es wirklich gut gepasst, dass jetzt keine mega dramatische Liebesgeschichte im Vordergrund steht. Das ist ja viel bei Jugend. Also meistens geht es fast ausschließlich nur um eine Liebesgeschichte. Also das war tatsächlich eben nicht so. Es geht so ein bisschen um Freundschaft. Also sie hat halt eine Klasse nachher, die aus verschiedenen Charakteren besteht. Und die werden auch ein bisschen näher erläutert. Dann entsteht halt so Freundschaftsbeziehungen und solche Sachen. Deswegen also Charakterentwicklung ist auch sehr gut gelungen. Aber wie gesagt, keine mega dramatische Liebesgeschichte im Vordergrund. Aber wenn ihr das gerne mal so ein bisschen... Das mal als Abwechslung zum Rest so was gerne mal lest... So wie ich... Kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Also es ist jetzt auch nicht so... Lasst euch von den Cypher auch nicht so abschrecken. Es ist nicht so mega hochtechnisch. Wobei tatsächlich auch ein paar Skizzen von Raumschiffen hier vorkommen. Aber das ist jetzt hier nicht so, dass man der Story nicht mehr folgen könnte oder so. Also das hat er gut ausgewogen gemacht, fand ich. Für nie. Deswegen. Da freue ich mich schon auf den zweiten Band. Ich hoffe, den krieg ich auch mal in meine Gläse. Ja. Und dann habe ich... Das war jetzt das Reif. Vielleicht habe ich aber ein bisschen Abwechslung hier drin. Eine Reihe, die ihr wahrscheinlich jetzt auch schon nicht mehr sehen könnt. Und zwar die Ion Pill-Reihe. Von Wilbonica Rossi gebannt. Das ist der erste Band. Ja, die habe ich ja jetzt innerhalb der letzten Monate gelesen komplett. Deswegen kam jedem irgendwie ein Band davon vor. Und ich habe den ersten Band tatsächlich auch vom Sterne gegeben. Und das ist tatsächlich wirklich eine Dystopie, die mir wieder extrem gut gefallen hat, weil sie viele Klischees nicht hatte, die ich schon nicht mehr sehen kann. Aber halt viele Aspekte von Dystopien, die mir sehr gut gefallen. Zum einen haben wir eine sehr spannende Welt. Also es ist ja quasi so zweigeteilt. Also die eine Hälfte der Menschheit, die es noch gibt, lebt unter Kuppeln. Und die andere Hälfte draußen in der Wildnis. Wobei diese Wildnis von so einer Art Äther-Sturm-Himmel sozusagen überdeckt ist. Und ja, das Leben da auch sehr schwer macht. Weil es gibt immer wieder Stürme. Und dann gibt es ja sowieso sehr schwere Gewitter. Dann gibt es halt Feuer, die alles niederbrennen etc. Und ja, aber das Leben ist weder in der einen noch in der anderen Hälfte sozusagen besonders einfach. Und die haben auch Probleme. Und Aya, ja, da passiert halt ganz am Anfang gleich was. Also es fängt auch sehr actionreich an. Auf jeden Fall wird das, was dann passiert, endet sie halt in der Außenwelt, obwohl sie eigentlich zu den Kuppelleuten gehört. Und lernt dann so diese Außenwelt kennen. Da tritt sie halt auf Perry. Perry ist halt einer aus der Außenwelt. Ja, und dann versuchen sie sozusagen ihre Welt mehr oder minder gemeinsam zu retten. Ja, also ich fand halt die Details von dieser Welt sehr knuffig. Ich fand die Liebesgeschichte, also hier gibt es wieder ein Liebesgeschichte, das ist ein Jugendbuch. Die fand ich sehr schön, weil die sehr langsam entstanden ist. Also es gab kein Insta-Love, das fand ich sehr, sehr gut. Es gab auch kein Love-Triangle. Es gab halt solche Sachen nicht, die ich extrem nervig finde. Deswegen fand ich das sehr, sehr gut. Ansonsten ist die Liebesgeschichte aber echt süß. Und ja, die Charakter fand ich, also die Charaktere generell fand ich sehr, sehr gut. Auch die Nebencharaktere. Also nicht nur Aya und Perry, sondern auch Perrys bester Freund. Andere Freunde von ihm werden halt sehr gut beschrieben. Aryas Familie sozusagen, Freunde und auch die Bösewichte beziehungsweise die Antagonisten sozusagen zu unseren Charakteren. Ja, die sind auch nicht so schwarz-weiß. Also die haben auch durchaus ihre Ziele, die sie halt verfolgen, die halt nicht ganz so nett sind, aber die halt schon irgendwie Sinn machen. Also es ist nicht irgendwie so, keine Ahnung, der Höllenfürst auf Erden, der nur aus dunkler Materie besteht und keine Ahnung was da irgendwie. Also auch die Bösewichte sozusagen haben Charakter. Auch das fand ich sehr gut. Also das war tatsächlich wieder eine Trilogie. Ich habe jetzt die Trilogie auch schon gelesen, also kann ich euch auch komplett empfehlen. Aber ihr könnt gerne mal im ersten Band reinlesen. Und er ist als Jugendbuch natürlich auch wieder sehr schnell und leicht geschrieben. Also es ist jetzt wirklich nicht so, als würde dir hier irgendwie Details untergehen oder so. Also es ist Jugendbuch-Schreibstil schon. Deswegen eine Empfehlung von mir. Und dann habe ich ein Buch, das ist jetzt Magidmir so in Urban-Fantasy-Richtung, das mich sehr berascht hat. Und zwar UnEarsly von Cynthia Hand. Die Reihe ist schon ein bisschen älter. Von 2011 oder sowas. Und ja, es ist eine Trilogie. Und da geht es tatsächlich um Engel. Die spielt eigentlich in der normalen Menschenwelt. Deswegen in Urban-Fantasy unsere Haupt-Potagonistin. Wie wir sehen wir noch gleich. Wie auch immer sie nochmal hieß. Auf jeden Fall ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Sexualized ist kein Name. Ja, ist ein Halbengel sozusagen. Weil ihre Mutter ist auch ein Halbengel. Also eigentlich ist ein Ekelengel. So ungefähr. Auf jeden Fall hat sie halt besondere Fähigkeiten, die halt Engel haben. Aber auch besondere Pflichten. Und ja, eine davon ist, dass sie quasi Visionen hat. Eine davon ist, dass sie Visionen hat. Von einer Aufgabe, die sie sozusagen erledigen muss in diesem Leben. Und ja, danach richtet sich halt das Leben aus dieser Engel. Und so fängt das Buch halt an, dass sie halt ihre ersten Visionen hat. Und dann sozusagen ihre Aufgabe... Ja, versucht zu erfüllen sozusagen. Schwer zu beschreiben, egal. Ja, hier fand ich wiederum sehr knuffig, dass diese Engelthematik eigentlich sehr logisch aufgebaut und erklärt wurde. Also es macht so in dem Kontext, der hier halt aufgebaut wurde, macht es halt Sinn. Das finde ich immer sehr gut, wenn er so ein bisschen... Die Fantasy-Elemente, die man sich halt überlegt, dass die halt in dem Zusammenhang, wenn es jetzt wirklich gäbe, auch halbwegs Sinn macht. Ja, das finde ich immer sehr gut. Ja, und unsere Hauptbeugnissen ist halt diejenige auch mit den, ja, besonderen Fähigkeiten in diesem Buch. Und mit denen hat sie auch so ein bisschen zu kämpfen. Also sie muss auch noch viel lernen am Anfang und entwickelt sich halt weiter. Das fand ich auch sehr gut. Es gibt natürlich auch wieder eine Lebensgeschichte hier. Hätte das anders gedacht. Aber die fand ich auch wiederum sehr knuffig, weil das ist ähnlich wie bei Arya und Perry entwickelt die sich halt langsam. Und tatsächlich ist der Love and Trust, also der Typ, diesmal derjenige ohne die Fähigkeiten. Und auch nicht so der typische Klischee Bad Boy, der, weil der nicht krass gemein zu ihr ist und so. Sondern das ist ja immer ein netter Typ. Das fand ich ja so ganz erstaunlich. Ja, also es sind so ein paar Sachen, die halt umgeswitcht sind, was ich sehr gut finde. Also ich mag es immer sehr gerne, wenn die weiblichen Portogonisten, die auch meistens halt die Hauptrollen spielen, dann auch vielleicht mal diejenigen sind mit den Fähigkeiten und ja, vielleicht dann auch nicht immer von irgendwelchen komischen, super Bad Boys gerettet werden müssen. Also dieses Bad Boy Klischee, man merkt, es geht auch langsam um den Feks. Deswegen fand ich das sehr sehr knuffig. Auch die Geschichte an sich ist spannend und sie wird auch nicht ganz aufgelöst. Also es gibt auch genug Rätsel sozusagen für die zukünftigen Bände und ich denke, dass die Geschichte auch spannend bleibt bis zum Ende. Wobei ich halt den zweiten Mal noch nicht gelesen habe. Aber ich habe ihn mittlerweile hier. Ja, ich könnte also fortführen. Also das gibt es übrigens auch auf Deutsch. Also zwar jetzt die englische Ausgabe, aber die gibt es auf Deutsch als Taschenbuch oder bruschierte Ausgabe oder so. So, dann machen wir wieder ein bisschen Kontrastprogramm. Und zwar habe ich auch dieses Buch hier gelesen, und zwar Cersei von Madeleine Miller. Das ist die Autorin von Songs of Achilles. Das Buch und auch der Songs of Achilles ist mittlerweile im Deutschen erschienen. Und das ist jetzt mal wieder was ganz anderes. Und zwar ist das eigentlich so eine Art griechische Mythologie, Retelling. Ja, hier geht es halt um Cersei oder Kirkli oder Kirke oder whatever, die auch ausgesprochen wird. Ja, die eigentlich nicht so die bekannteste Gottheit ist. Also das Einzige, was sie von ihr wusste vorher schon, war, dass sie halt auf dieser Insel da gewohnt hat, wo dann halt Odysseus vorbeikam. Also das kommt hier halt auch vor. Das ist halt nicht so viel, weil ich weiß nicht, die griechische Mythologie ist jetzt nicht so unbekannt. Aber genau, wir begleiten sie durch ihr Leben, von ihrer Geburt an bis quasi zum Ende. Und ja, das ist halt wirklich wie so ein Leben beschrieben. Sie ist ein Charakter mit, ja, mit Eigenschaften und, was ich das schreiben soll, also mit Charakter halt. Und man kann sie so richtig in sie hinein versetzen. Das Ganze, also, so kommt man vor wie halt so ein lebender Mensch. Weil sie hat kein Mensch, sondern eine Göttin. Eine lebende Göttin. Wie auch immer ich das jetzt... Was auch immer ich damit sagen wollte. Und auf jeden Fall begleiten wir sie halt und dann... Ja, kriegen wir auch mit, wie sie sich quasi charakterlich weiter wandelt. Also, ja, sie trifft halt verschiedene Götter und Helden und so im Laufe ihres Lebens und entwickelt sich damit auch weiter. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, weil so... Alles muss man ja vorher jetzt auch nicht wissen. Aber es hat mir halt sehr gut gefallen, weil es halt so wirklich... Also weniger so geschichtsbuchmäßig, sondern wirklich so romanmäßig war. Obwohl halt viele geschichtliche Fakten sozusagen vorkamen. Und sie halt wirklich anfühlte wie ein richtiger Charakter, den man halt hier verfolgt hat. Das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Song of Helles habe ich noch nicht gelesen, aber da könnt ihr auch gerne angucken, wenn ihr wollt. Und das ist ein Einzelband. Ähm... Ja, also... Ich wollte ich mal so als Kontrast hier mal aufführen. Und dann habe ich noch einen schönen Band hier. Und zwar Splintered von A.G. Howard. Das ist der erste Band dieser Dark Wonderland-Reihe. Die ist auch in der Schnitt. Ähm... Da dürft ihr auch schon einiges von gesehen haben, aber ich habe den ersten, zweiten Band auch schon gelesen mittlerweile. Könnt man noch lesen. Und das hat mich tatsächlich auch positiv überrascht. Also am Anfang hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen, aber es lag so ein bisschen am Schreibstil. Das war jetzt die englische Ausgabe. Aber umso länger ich irgendwie das hinter mir liegt, umso besser fand ich es irgendwie. Also es ist tatsächlich ein Alice in Wonderland-Retelling, wo sehr, sehr viele Elemente von Alice in Wonderland vorkommen. Also im ersten Band wird quasi die komplette Geschichte nur anders halt nochmal erzählt. Also für alle Alice in Wonderland-Fans ist das auf jeden Fall was. Was ich sehr gut fand, das Ganze wurde halt ein bisschen düsterer. Neu erzählt, wobei das die originale Alice-Geschichte ist auch schon ein bisschen creepy, aber... Also hier sind halt manche Elemente einfach nochmal ein bisschen düsterer, ohne dass jetzt irgendwie ein Horror oder sowas übergeht. Ja, und unsere Hauptprotagonistin ist auch sehr speziell. Also sie ist eine Nachbarin von Alice und hat halt besondere Fähigkeiten. Zum einen hat sie Insekten sozusagen hören, die quasi ihren Kopf reden. Also sie hört quasi Stimmen. Was er auch nicht so einfach macht. Und sie hat auch noch ein bisschen makabes Robber. Sie ist Künstlerin. Also sie geht noch zur Schule, aber sie macht künstlerische Sachen. Unter anderem macht sie irgendwie so Collagen, so Abstrakte, wo dann irgendwelche Insekten drin verarbeitet werden. Ist ein bisschen seltsam, ein bisschen creepy, aber fand ich interessant. Also das ist mal so ein bisschen andere Hobbys sozusagen von den Charakteren. Ja, die Nebencharaktere finde ich außerknöpfig, wobei hier tatsächlich wieder so eine Art Lobtriangle vorkommt. Aber es geht. Es gibt ja wieder eine Liebesgeschichte. Aber wie gesagt, diese ganze Alice-Geschichte ist halt tatsächlich mehr im Vordergrund, würde ich sogar sagen, als die Liebesgeschichte. Oder es hält sich so vage, vage. Ja, deswegen ist das nicht so... Also es geht nicht nur um die Liebesgeschichte. Das wäre mir dann zuviel des Guten. Aber, also hier geht es tatsächlich gut. Ähm... Ja. Also... Was ich mir jetzt mal erzählen soll. Also Charaktere sind speziell. Das Setting ist speziell. Und halt dieses ganze Retelling fand ich sehr knuffig. Der Schreibst ist auch ein bisschen seltsam, aber... Ja, da muss man sich halt ein bisschen reinfuchsen. Könnt ihr gerne mal einen Blick reinwerfen. Also die Reihe, wie gesagt, gibt es auch auf Deutsch. Okay. Und die Cover sind wunderschön. Und ich freue mich da auch schon auf den dritten Band. Als die Reihe auch echt mal fortsetzender sind, die ich jetzt hier habe. Ähm... Genau. Das waren quasi meine fünf Top-Bücher vom ersten Halbjahr. Jetzt habe ich sozusagen noch ein extra. Und zwar eine Graphic Novel. Und zwar die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs und Florian Biege. Das ist ja sozusagen die Graphic Novel zu dem Buch. Beziehungsweise der ersten Teil des Buches. Es gibt zwei Graphic Novels. Ähm... Ja, das ist tatsächlich wunderschön illustriert. Komplett farbig durchillustriert. Und auch tatsächlich wunderschöne Detailraße. Ich muss nur noch einen kleinen Einblick hier. Ähm... Da solltet ihr auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Es ist ziemlich teuer, muss ich sagen, für... Ähm... New Graphic Novel. Kostet glaube ich irgendwie 25 Euro oder so. Aber es ist wirklich sehr 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 hochwertig und sehr sehr detailgetreut. Also ich habe das Buch tatsächlich nie gelesen. Also ich weiß jetzt, kann ich es schlecht vergleichen, ob das jetzt besonders korrekt wiedergegeben wurde. Aber ich finde, das Comic an sich kann man auch durchaus alleine lesen. Man versteht ja nicht alles, was so passiert. Und es passiert eigentlich eine Menge. Und es ist relativ spannend. Und hier merkt man halt so ein bisschen, ähm, wie viel Fantasie eigentlich dahintersteckt. Diese Welt und diese Charaktere zu erfinden. Und auch diese ganzen Wort... Ja, Wendungen. Die der jetzt so so da einbringt. Was irgendwie auch sehr knuffig ist. Ähm... Ja, also so vom Schreibstil und von dem Zeichnisstil und so. Ist das auf jeden Fall wunderschön. Und deshalb kann ich das tatsächlich mal empfehlen. Auch wenn ihr vielleicht nicht unbedingt so viele Graphic Novels lest. Also ich persönlich bin jetzt auch nicht der allergrößte Graphic Novel Fan. Also ab und zu lese ich mal eine. Aber hier muss ich sagen, es ist halt so... Ja, hier ist halt jede Seite wirklich wie ein Gemälde. Also wirklich so detailreich und verspielt und schön gestaltet. Und man sich einfach auch nur schön angucken kann. Ähm, deswegen rechtfertig das so ein bisschen den Preis, finde ich. Also da gibt es andere Graphic Novels, die halt da nicht so viel... Nicht so schön sind. Aber hier, wie gesagt. Wenn ihr mal die Chance habt, da rein zu gucken, guckt euch das einfach mal an. Und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr überlegen, ob ihr das kauft. Auf jeden Fall von mir eine Empfehlung. Ja, sozusagen als Bonus-Umlauf. So, das waren meine Top-Bücher für das erste Halbjahr 2020. Und ich sag mal Tschüss bis zum... Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020